hallo leute was geht und herzlich willkommen zurück zu the forest mit live und niklas niklas ist auch wieder da das ist eine neue session wir haben letztes mal noch ein bisschen angefangen das haus zu bauen ihr seht unten links neun baumstürme fehlen noch ja das haben wir gemacht wird zwar ja und wir haben hier so ein shelter was so den kennt ihr schon so baumschiebe dingen wenn wir noch so ein steingefäß stockgefäß in knochengefäße hinten noch zünde das ding mal an ja ja das ist echt ungewöhnlich gar nichts er werden diese viecher vom licht angelockt angelockt und abgehalten haben wir noch so ein knochending geht das ich kann nur essen ach doch warte jetzt stand er gerade aus jetzt wird auch gerade machen gegen aber nicht das jetzt in unsere richtung ja ja ich bin unterwegs wir müssen noch ein paar bäume hier fällen ganz kurz ja bin ich nicht mehr welche in unserer nähe die unnichtig sind weil sonst wir brauchen mehr bäume den großen hier sind voll viele häschen was bist du den kleine kommt er kommt weg er ist doch nicht klein hier nein das ist jemand hier sind noch stöcke wir können auch den locker nach entfernen jetzt jetzt holen wir das lockt schiebe ding und dann holen wir richtig von da hinten wenn schon denn schon mal vorher leute wir haben vor den nix diese der ganz hohen wo ich hier kein stück mehr weil ich auch nicht haben wenn ich in das ding schiebe ich glaube gerade ohne feuerzeug rum da ist es so gruselig wie gegen baum hier gefahren den fällig jetzt gegen gedriftet hier war alle wäre ein mann wie weit seid ihr denn gelaufen alter ein bisschen oh mein gott aber das war ein hase so weit sind wir aber gar nicht gelaufen hat vielleicht nicht den doch ja jetzt muss da ja weg aber er ist ja hier laufen typ mit klappen rum na nicht gut ja das gehört ist eine höhle und ein schrei gehört die kommen von rechts also von euch aus gesehen wenn ihr zu mir guckt von links werden die weder nicht hin möchte ich sagen das glaube ich schon dafür werden sowieso gleich war wir werden über dem feld diese momente wenn man die schritte hört oder so geräusche einfach ja ein bisschen regelt einfach dieser moment wenn er nicht ausgeht ich fahr gar nicht so weit von euch weg dann sind hier direkt in der nähe doch doch immer ein paar tollen ja jedoch wird auf jetzt die ganze zeit hier gefuckt lang alter das kann kurz geruckelt hier überschritte ich höre gerade schreie ich erschrecken ich komme gerade ich sehe das baumhaus schon und mir den berg hoch gesneakt kommst du mal zu mir nicht das dann kannst du hier baumstammel mitnehmen wir kurz weil wir es angespannt hätte ich stoffen schreibe hier live guck mal kurz ich sehe dich ja gerade von dort aus kommen die links vom baumhaus seien im wald da waren ganz viele für die ganz leuchten oder ja da bist du schön hier hinten und mehr du hässliche eidechse hatte hier hoch glaube ich komm her ja irgendwo hier hinten war ich toll ich weiß nicht mehr wo ich war in fels 9 warte doch das muss das muss hierhin gewesen sein hey schnell einen neuen baum um mich eh noch ein bisschen mehr warte ich muss sagen wo hast du ihm den baum gefällt live ich bringe die schule weg die stämme ja mach mal jungs immer neun jörn 1 schaffst du schon ziemlich stark mit glatt die greifen ja noch nicht an ich muss einfach kämpfen greife ich an aber das war ein rei hallo dort wohnung er war ein bisschen jetzt covered im blatt ich hab da gar nichts gemacht ich bin jetzt einfach und er hat alles denkt an das hat es genannt sind ich hab mir ein bisschen essen ich habe vor allem das für fleisch das war es ein bisschen auseinander für fleisch live warum wir brauchen nicht mehr viele kannst du sogar vorhanden nehmen fast da liegen noch drei drei brauchen noch drei ganz mitten im bau noch ein fack wo wir helfen gibt es so ein baum speicherteil ja diese schreie von da oben ja jetzt soll ich dir jetzt zerhacken und die arme aufs feuer legen ja manchmal ja und beinahe auch und alles ja ja ich hab nicht bei uns schon so ein lockhalter ja können wir schon mal so im vorrat machen oh bei mir ist auch einer ich habe ich kann aber nicht kämpfen weil ich holz habe zumindest hat hier einer eben geschrieben er mit lampe nix ja ich weiß da kommt einer ja ich kämpfe auch gegen einen mit lampe jörn dann kommt noch einer aus der richtung wo ich im holz fällen war war ihm noch einer okay hier liegt so eine andere waffe noch so eine mit händen heute ist vielleicht sinnvoll für euch ich habe die noch nicht die lampe von dem heute kommen die auseinanderhacken müssen die raus abfällt mit das denkt an dass du dann die satz genutzt ja ich habe noch nicht genug von diesen satz denken ich habe schon mal ein bisschen gesetzt auf salz gepackt aufs feuer ja ich nehme schon ein paar sachen immer ein aber diesen kopf eigentlich auch hat das gar nicht aber keine beine kann ich keine mehr tragen ich will die lampe von dem abhacken aber es geht irgendwie nicht der lamp an sich dran verbrennen oder kommt noch mit lampe 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 drei leute vier leute wo was junge wartet mal oder was ja what the fuck an schlund mit l jörn oh leu ja hier sind doch ganz viele in seinem lager drin momentan ja jungs what the fuck boah der hat mich mit molotovs beworfen was war ich alter also ich habe aber nicht dich beworfen doch hast du ich brenne und verliere leben dann hat er dich außerdem getroffen pass auf wir wollen mit lampe wow jetzt gehen wir gerade immer irgendwie jetzt mit richtig vielen auf einen auf zum lager bringen nein geh weg ich mache mir das stock ding noch ein bisschen voller ich wollte gerade locker heute waren aber den wandweg abgelenkt diesen oberkörper von diesen menschen den brauchen wir nicht oder ja verbrennen auch die oberkörper mit lampe hier kommt noch so eine andere waffe heute niklas du hast noch nicht so eine glaube ich was für eine die liegt ja noch niklas wo denn hier 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 die ist so eine mit schädel und händen live da ist aber auch keine mit schädel und händen noch hab die ich hab die ach so dann ist das sieht das noch nicht für uns aus schlagt ihr diese zombies immer nur mit euren köpfen ich schlagt die immer nur mit euren köpfen nicht das ganze ding natürlich nein wir brauchen die doch sowieso nicht nein ja haben wir doch genug brauchen wir trinken langsam scheiter auf den 2.0 wir haben noch trinken nicht mehr niklas brauchst du hier bitte noch mal dazu hier irgendwie noch mal da der baum ist fertig oder da ist einer drei aber easy ach dir das mache ich bei so lange haben wir so einen holzhalter gebaut dünn ok und bau nochmal so ein zweites schild dritten teil ja hilf mir kurz ja 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 die knochen du die knochen kiste ja 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 schon klar ich bin ja gerade dabei die auch zusammen wir sammeln jetzt immer die ganzen sachen falls wir die irgendwann mal brauchen ne die ist halt voll die ist halt voll wenn es weiter geht können wir noch eine zweite bauen eine schädelkiste wir nachgucken stimmt nicht aber was ist heavy net weißt du das ist ein schrank ne ja mit den schädeln kann man lampen bauen oh da steht noch einer bringen wir um oh leute das ist ein besserer kannst du umbringen oder sollen wir die helfen es läuft weg obwohl ok liegt da hast du gerade ein laser durch in der haus durchglauben oh hier links schlöcke guck mal wie viele knochen wir haben alter da liegt doch so eine waffen mit händen wir hören hier wir haben einen waffenhalter jetzt hier baue ich gerade ja cool dann kannst du die waffen da raum tun dann haben wir falls wir sterben immer noch umsatz waffen ja fertig gebaut ne also mach mal die waffe in der hand und dann deck die dran und dann nimm die noch mal dran und hier liegt die oder? hab ich schon äh nickers immer alle stöckern alles hier reinlegen und steine steine müssen wir noch ein paar lager bauen eigentlich bau nochmal ein steinlager daneben ja stöcker nickers immer alles mit c rein mit behalt immer äh die die es gerade brauchen die sachen haben diese ist irgendwie grad dunkel hier geworden dunkler äh ja weil licht ist auswärts alles ganz kurz warte hab ich noch wasser und pot ne auch noch wasser oh ich muss was essen da kommen leute oh ich ess gerade nicht gut oder? ja bei mir ist einer boah toll oh da klettert ein lizard gerade hoch wo ist der denn? wo ist der denn? ach da mirre frau und kind alter wie so der feuer ist aus ne? krass 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 du komm mal mit hier erstes mal wir wollen essen noch drauf und kann ich er ist schon tot er ist schon tot ich hab da schon drauf gehauen er hat ihm aber noch geärmert soll er doch lass ihn mal wir müssten ihn mal lebendig verbrennen nur ganz viel fleisch drauf hab mal ganz viel fleisch drauf getan ne? also oh der knochenkiste ist voll der knochenkiste neue bauen ja brauchen wir noch eine mach ich ey ich muss voll mit blut wir müssen uns alle waschen gehen shit da war was ja wir können ja wenns wieder hell ist runter zum dorf ey unser haus ist fertig ne? ja kletter mal hoch wie es aussieht alter das ist ganz schön klein und das hat sich anders wenns kaputt bricht das ist ganz schön klein also kann man da was rein stellen? ja also ja das ist wirklich ein bisschen klein ich meine ist besser als nicht erstmal nur wir können hier speichern und schlafen nein das speichert mir hier oben ach ja gute idee so gespeichert habe ich was bauen wir denn hier oben mal ja wo kann man denn hier oben speichern? da eine ecke ich habe nochmal so eine knochenkiste ne? welche ecke? ah hier die ecke ralf ja das war zu nah dran was? was? oder? ne ich habe gar keine knochen alles gut ich habe mich gerade gefragt warum ich brauche mal eine schädellampe weil ich habe gehört die sind unendlich habe ich mir ja die sind doch unendlich dann stelle ich die oben die ecke und dann wir haben ja auch noch was habt ihr mit sind die ganzen schädel die spawned? ja die spawned ja die spawned ihr habt ihr noch Stöcker? wenn ja brauche ich immer noch einen halter hier ist der tag leute wir müssen waschen gehen auch noch ne? noch zu überstanden äh hier ist ganz von ersten und hier ein schädelkneis gut jetzt haben wir Schädellampen ein paar bauen machen ja Licht ja aber hier sollten wir draußen sollten wir Fackeln hinstellen ja aber die sind nicht unendlich die schädeln auch oder? so ein paar alles schädeln toll die sind ja noch Baumstämme die nehmen wir mal mit also eingebohrene Fleisch bringt nicht so viel wie richtiges fleisch ach hast du mal eine Baumstämme gefunden ne klasse ist gut ist gut ja ich brauche mal so einen Tree Step Collector wie kann ich denn das da reinpacken? ja kannst du machen ja wie was? nein ich meinte live wie kann ich denn die da rein tun die Baumstämme kann ich irgendwo rein tun? hier kann ich die rein tun ja ne hier mit 10 hier sollen die rein ne da geht das aber nicht rein wir brauchen einen Stecker wir brauchen einen Stecker hierfür ah jetzt ja ich brauche grad live ach so hat er auch nicht genug ach hier liegen noch Stecker ach guck mal ey wir haben einen Tree Step Collector hier rein loll das ist mal ehrlich ich hab nur einen Topf für geopfert mal da müssen jetzt immer Tree Step reinkommen es gibt da mehrere Topf noch die man finden kann ja da unten beim Dorf gab es doch auch einen bei der Feuerstelle Stein und Stecker hier rumliegen da haben wir immer Stein und Stecker mitnehmen wir müssen alles in den Dorf gehen wir müssen ins Waschen gehen kommt ja wie viele Steine hier rumliegen loll was ist das hier alles kann ich das umhauen oh ja komm weiß nicht irgendwas gebautes hier von diesen Einheimischen ganz viel ist das ja das da kriegst du Stecker so ja wir gehen runter zum Dorf warte wir werden erstmal Steine kurz wegbringen wir dann noch welche mitnehmen kommen wenn wir herkommen wieder doof collected hier ey wo war denn die Computersammelstelle ja auch hier ach hier hier liegt Buus noch oh warte eine Leiche ups ich kann auch hier wieder Dings bauen Molotov oh jetzt habe ich es aus Versehen getrunken schlöse Molotov ne Buus geht ne ey ich mache hier sowas wenn alles von denen kaputt das sind voll die Penner haben sie dir weh getan Cash Buus ich kann keinen mitnehmen gerade 2 Legorne Cash braucht man übrigens für die Bomben soweit ich weiß hier links Snickers ja man braucht Coins für die Bomben und ne Uhr Snicker Regen kann man sich irgendwie einen Rucksack bauen das man wer mitnehmen kann man kann glaube ich für Steine hier haben wir zwei Häuser kommst du mit zum Dorf ja warte ich muss gerade den Lizard halten Entschuldigung oh dann haben wir zwei Häuser Leute kann aus aber die Dings sind ja wieder neu die Koffer weil der Shelter noch da ist Niklas und neuer Topf oh hier ist ein Eingang hier kann man nur das Abwehrrei sprengen ne Oskar hier kann man hier kann man einen Höhleneingang freisprengen ey wo wird denn noch was gebaut für ihr Steck gebraucht hier steht hier wir brauchen drei Sticks äh ja irgendwo weiß ich irgendeine Lampe oben 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 die Lampe ist schon in unserem Treehouse kann carry any more flare ups was bringt das ah ne Lampe ja oh Seile wieder da ich bin eigentlich voll voll was das anders angeht mhm wenn man irgendwie ne Stowage bauen könnte wo alles rein könnte oh das kam plötzlich was denn was denn das Gewitter ich bin gar nicht in Wasser gesprungen dann kam gut auf einmal ist da unten Wasser ja natürlich sonst bei mir ja nicht lass ich gleich auch mal kommen und mich baden und du musst mit deinem Topf den du hast äh hier Wasser mitnehmen zum trinken ich hab noch ein Turtleshell ja dann mussten wir ey es regnet wieder dann den müssen wir oben schnell hinbauen Niklas ich brauch wieder Marigold das hab ich nicht mehr dann kann ich auch uns wieder Metz bauen die Medizin oh mein Gott warum wird man eigentlich nicht gewaschen wenn es regnet weil das nicht stark genug ist der Regen das weiß ich weil du nur feucht wirst vom Regen hey hier liegt noch ein Topf ja aber du hast doch schon einen Niklas hier liegen auch noch Medizin und sowas nicht alles ich hab schon so viel Alkohol in den ich hab nur noch Zöpfe ja ich lauf nochmal zurück ich lauf nochmal zurück Ah und sind die Piranjas drin? viel satt ok hier ist die Höhle wieder Mäuse ich wusste dass ihr kommt kann ich unseren Shatter eigentlich kaputt haben? ja ich glaub ich würd's nicht machen auf jeden Fall wieso? ach den kannst du kaputt machen ach kaputt lol ich kann mir den Leather Skin einfach anziehen ja das ist Rüstung genauso mit dem Lizard hab ich auch grad gesagt Lizard Skin du hast Leather gesagt du hast Leather gesagt du hast Leather gesagt unser zweites Stein Ding ist voll mhm toll ja mach das Schick Ding hat mir voll lol ich kann Medizin machen ja soll ich Medizin machen? nein wir haben Medizin aber das ist so ne bestimmte Medizin was willst du denn für Medizin machen? wir haben beste Medizin wir haben wir haben gute Medizin lol die Use in Garden to Grow Aloe Vera dann kriegt man Aloe Vera Seeds wenn man das macht ja mach das Aloe Vera Seeds wir müssen einen Garten bauen Niklas dann brauchen wir aber erst einen Garten ja dann brauchen wir erst noch einen Garten kannst wir bauen dann baue mal einen Garten so wir brauchen ein neues Essen auf dem Feuer ey Niklas das Regending halt wie baut man das denn? ey geht das auch irgendwann mal wieder aus hier das Teil? ist doch gut wir nicht hören wo ist die Knochenkiste also? warte ich baue ich hier schon mal das Ding hin Rotter Collector oh ein Häschen haben wir schon ne Hasenfalle oder wie das heißt? ne also wir bauen Niklas du brauchst nur noch dein Panzer hin tun wie kann ich meinen Topf hier auffüllen? äh in die Hand nehmen und dann C gleich was hast du denn jetzt hier oben hingekommen? wie oft kann ich denn hier C drücken mit dem Ding alter? äh einmal nein warum brauchst du hier oben so ne Knochenlampe hier war die richtig kann ich ja nicht aus dem See drängen ey Julian ja und der Ding ist gerade zerfallen unser was? der ist fast gebrannt hat ist zerfallen das sehr viel lol es ist zerfallen du bist ein neues bauen viele Schädel ähm ja haut rein da war nur einer lol hast du gesehen wie der mich zurückgebounced hat? was habt ihr gesagt was brauchst ihr? äh das Schildkritten Ding deins wir werden das mal richtig in unsere Base müssen ja ich ich möchte mir hier nebenan noch selbst ein Baumhaus dass sie dein eigenes hat okay irgendwie also oder dem gehört das hier dann? weiss ich nicht schon eingerichtet nein ich hab schon eingerichtet gehört mir ja Niklas wir brauchen dich langsam weil so lange haben wir ja keine Zeit mehr der Nacht irgendwann irgendwann wo willst du denn den Baum ausbauen? an welchem Baum? am besten wenn wir die irgendwie alle ziemlich nahe beieinander haben ja ich denke ich hab mehr weiß ich nicht hm hier vielleicht dem hier ok ja dann baue ich hier ja hast du warum ist der Schildkritten oder Schildkritten? wolltest du dich zerstören? äh ich hab eben geschweichert dann hab ich es vergessen ist aber kaputt schon ein bisschen ihr braucht Schädel habt ihr gesagt? nein wir haben zu viele Schädel ja live guck dir den Baum mal an jo hehehe ähm jetzt rauscht dann die ganze Zeit ne ja doch nicht mehr boah jo hat sich zerlegt wie baut man Pfeile? hey wo ist ja ist schon klar das ist nicht allzu schön äh 5 Federn und ein Stick kein Zahn? wofür brauchst du nein ich weiß gar nicht wofür braucht man denn die Zähne? wofür braucht man denn die? mir liegt noch ne Flair die kann ich nicht aufnehmen ja wir brauchen langsam die Flair gun Jürn ich bau mal hier Steinmauern hab ich ja richtig Bock drauf ich bau mit hier wir bau langsam Steinmauern und beteilig weil wir müssen hier versend wir haben jetzt ganz viele Steine wir kriegen viele Hunde weißt du noch wo unter äh das war was? Kazebo lol das Dings das Haus Treehouse da Alpin House die Plattform ja das Alpin House ist auch ganz cool das aber hier gibt kein Steine mehr Plattform einer fehlt hier rumliegende Klasse ab einem oh hier ist eine Vorsicht gleich ein Gegner was ist denn das hier für ein Topf unter diesem Baum ja das ist nicht kaputt das sammelt äh die ist so den Baum auch kaputt hat Leute den hier ja dann hau rum ich schieße die nein nein nicht den Baum kaputt machen das ist ein teurer Baum die ist runter gesprungen ih das ist ne Oma noch mehr willst du boxen willst du boxen willst du boxen willst du boxen du Musi komm 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 wir zurück du hast dann den Baum keine ich stecke da aber ordentlich ein Alter au 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 fack 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 meine Rüstung ist mit weg ich bin fast tot Niklas jetzt ist er tot weiss irgendwie kriege ich die Tree-Plattform nicht an den Baum ey Jürgen da kommen noch mehr Leute die greifen uns an Jürgen du bist mit der Tree-Plattform beschäftigt ich bin das tot ich weiß da kommen auch welche Jürgen da kommen richtig viele alle weiß was ist mit dir Leute ich brauche glaube ich ein bisschen Hilfe ja die können richtig gut schützen ja Alter vor allem ich treffe die nie weil die immer springen ich treffe die immer der ist tot da wenn du noch mehr machen willst ey wo sind unsere Knochenboxen ey wo sind unsere Knochenboxen retten sich gegnerlich ey wer hat die Knochenboxen geklaut ey was das sind keine Knochenboxen mehr oma wollt ihr die haben die mitgenommen oder was was die ganzen Knochen ich kann mir eher vorstellen dass sie kaputt gegangen sind als ein baum rauf gefallen ist oder so kann es passiert sein ich weiß es nicht genau ich weiß ja nicht wie es bei euch aussieht aber ich habe schon wieder hunger ja ich habe noch lizardfleisch wachsmaus feuer und ich habe noch ein paar arme und beine ja ein paar warte hier hinten müsste doch jetzt wieder so eine waffen lach liegen das war sogar einer mit händen gut dann kann ich die hier wieder dahin hängen ja die mohren oh mein god it's a lizard bleib stehen das läuft in der lizard hinterher nein keine aussage mehr gar nicht mehr mhm lecker essen bringt er will mich ärgern er kommt immer zu mir ja das ist bei dem viechern irgendwie immer so auch mein rüstung geht nicht mehr voll also ich habe zu wenig zack wo essen und knochen wer ist das denn der timt was hinter dir siehst du den ja das ist einer von steam glaube ich der mich geld hat irgendwann mal ähm ich wäre dafür du schmeißt ihn mal raus lass ihn mal boxen du kannst ihn raus schmeißen mit tab ja kann ich mach bitte danke ist er raus ja es ist so so der tim da der tim die wenn es nicht privates dings der ist privat aber freunde können er joinen beziehungsweise nur freunde können er geschrieben hat ok geschrieben ok er kann irgendeine neue kippen noch ein bisschen bauen ja solltest du ich versuche der zwischenzeit dieses dings da dran zu kriegen dieses äh ein tree stand da die ganze bauern stecker die tree plattform so ah perfekt die ganzen knochen wieder rein das müssen alle wir haben ja ja feuer 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 weg wir wollen stecker um feuer anzumachen wo ich habe schon mal laub reingepackt ich bin durstig lol man kann sich anscheinend mehrere schichten rüstung machen ja johann weil ich habe gerade eine rote schicht angefangen läuft bei dir dann nehme ich mir mal ein paar knochen und baue mir noch eine knochen ja ich auch gerade ich habe gar keine rote ja dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder die folge ist schon wieder über länge ich hoffe euch hat es gefallen zuzuschauen macht's gut haut rein und ciao wir bauen in der nächsten folge meine hütte weiter und ich weiß nicht was die zwei machen tschüss ich weiß ja auch immer ich FOI owners Vielen Dank.